mehr gearbeitet werden ach leute ich um müssen da vielleicht mehrere Räder rauf ich wollte gerade sagen ich beende hier den Part aber dann will ich das noch einmal austesten falls hier noch mehrere Räder sind aber anscheinend ja nicht ne, gibt's nicht ja dann dann beende ich jetzt hier den Part wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschüss Leute ja weiter geht's bei Amnesia ich hab nachgeguckt und zwar hat das was mit diesen Dingern hier auf sich ich muss die so bestimmt einstellen ich hab jetzt nur geguckt wie die Reihenfolge ist mehr hab ich nicht geguckt das schwöre ich und zwar muss das so okay jetzt hoffe ich dass es klappt ich weiß es nicht, ich hab nur geguckt ach, ich hab gerade einmal kurz geguckt wie das Ding gestellt werden muss mehr echt nicht und ich hoffe jetzt mal dass es geht, das weiß ich jetzt auch nicht bitte ja oh yes oh ja, das finde ich ist geil Psycho Schleim überall ich hasse diesen Schleim okay okay, somit haben wir den Maschinenraum abgeschlossen ja, komm her Schleim oh, what the fuck ey, ich könnte mir so einen scheißen, nein Spaß aber es sieht schon aber es sieht schon ein bisschen gruselig aus mit dem ganzen Schleim hier und ich glaub mein Vater kommt durch rein ich weiß, das hab ich im letzten Part auch schon gesagt okay Sir William Smith war markiert worden er konnte nicht so wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen kam getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf da haben wir glaub ich auch schon da haben wir glaub ich auch schon la 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 ah okay das jedenfalls weiß ich jetzt, dass ich weitergekommen bin und wir kommen auch nicht mehr zurück oh oh tat das weh jetzt ja das lass mich fick dich so Fahrschule ich komme endlich, darauf hab ich schon so so lange gewartet ach ich könnte heulen ja der merkwürdige Brief erschrak ihn aber er war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte hatten wir auch schon ähm ähm wie weit denn bitteschön noch oh Psycho ähm Hilfe, wir fallen, wir fallen, wir fallen oh diese Kugel zu bewegen oh war als würde man einen Stern in den Nachthimmel erheben es sollte nicht geschehen der Schatten ist kein nachsüchtiger Geist er ist das Universum das sich selbst findet oh man ist das interessant oh 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 scheiße geil einfach nur geil okay uns geht's gar nicht gut oh der ganze Fahrstuhl ist tot ach Nahtür auch kaputt okay komm 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 was ist das? vergib mich ich hätte dich erwähnt eine meiner Verantwortung als Barron ist das von einem Präsenverdienst das ist wo die Kräuter und die Kräuter sind und die Kräuter sind sehr gut so komm nicht zu fliegen okay okay erstens Kriminelle mag ich nicht zweitens Kriminelle sind bestimmte Zombies mutiert nehm ich mal so an da will ich gar nicht rein ach Mist man ähm oh was erwartet mich da drinnen tuk so der kann ich auch noch hochheben ähm durch die Wand immer mit dem Kopf durch die Wand ist mir gerade so eingefallen oh hier gab es einen Gefangenen schreien hier rum ich bau mir hier mal so einen kleinen Bunker falls gleich was kommt Ich muss mal hier was gucken. Keine Elemente noch vorhanden. Zellenbereich 1. M. Oh, wie süß, ne Maus. Sogar zwei. Oh, kommt her, ich will euch doch nix. Töten! Kann ich dich essen? Was, ich will dich unter... Mäuse. Mist, klappt leider nicht. Das heißt nix Gutes, ganz herrlich. So. Die Tür können wir auch nicht richtig hinstellen. Ich wollte ja nur ein paar mal Nieren zeigen. Scheiße. Okay. Ähm, nur mal so zur Info, das haben wir so verstanden. Kör mal so. Vielen Dank.